1, 2, 3, 9... Also, ich denke... Ja, also warum kriege ich nur AP? Ja, du bist für alle Jams! Ja, guck mal mich an, Digga! Ich muss Sandra Nashas bauen auf Hill! Nee, das war mit ein heftiger Artisch, Digga! Ich habe alles hier erst gemisst! Hä, Digga, ich fick die voll! Okay, never mind! Ja, deutlich! Ja, irgendwann veratmen... Macht ja nicht! Also, sei froh, dass du nicht full AP U-Gott mitbegust! Weil U-Gott hat keine APs gegen dich! Der Daru ist der Ended, der Ended! Hau den Q rein, Q! Nein, ich habe ihn schon angetaucht aber! Jungs, was sagt ihr eigentlich dazu, dass ich Akali auf dem Mitteln gekillt hab? Okay, die rennt's runter! Wie, die rennt's runter? Da sind Daru's Items und Drohensee gefühlt, ich könnte das jetzt auch tollen. Stimmt! Hä? Digga, übertreib mich direkt, hä? Ja, ne, ich hab grad auf der Midlane zum Schult. Ja, Digga, also das war echt horrible, was da grad passiert auf der Midlane. Ja, ne, 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 ne. Oh, komm, ey, jetzt sind das, ne, ne, ne. Vollidig. Malche Hälfteige Einfaches, ich könntest in der Wishers spielen. Ey, Jungs, ich hab einfach... ich bin aber useless. Hast du mehr Crowley gemacht? Denk er, wie im Gegner, Ton bekommen? Komm! SS-Bot! Haha, Spaß! Leute, es ist noch Winne-Bot! SS-Bot, Vertrauen mehr! Digga, du pingst Enemies am Missing, wenn ich schon von vier Leuten verfolgt werde! Willst du mit den Eier eigen kraulen? Jetzt sehen wir, wo ist ein Item-Bot, wenn es nichts gibt. Ach, Digga! Digga, SS-Bot-Lane! Schicken wir jetzt jetzt gegenseitig die Gegner hin und her! Benne, das schaffst du! Ach, Digga! Sie kited mich! Immerhin bist du nicht tot! Doch! Also, Ironie war der Stimme! Komm, kitt einen! Mh! Ach, Digga, kann der bitte mal weggehen? Ich möchte mal alleine fighten! So spielt der auch! Das ist richtig kacke, der Junge! Benne, kannst du es vorlesen? Ich bin einfach bist! Höh, ich hab' Klee gemacht! Ich komm' angeporto-waltet! Ich wünsch! Alles gut, Jungs, alles gut! Ähm, deinem Brand für Runde 2! Oh, das ist echt richtig gut! Mono-Support mit... Ey, du hast ein Tile-Item! Du hast Echoes auf... Warum auch immer! Ey, ich bin fast so zufrieden mit meinen Items! Bis auf Run-Win zum Mod-Remind! Aber da komm' ich eh nicht hin! Wer hat Draven gebannt? Ey, ey, ey! Das ist ganz okay bis zum zweiten Item! Und, zu können wir rein! Okay! Ich hab' noch Barrier und Heal! Oh, no way! Ich mach's da aber, ne? Okay, nice! Was war das für ne... Egal! Gebacked! Direkt tot, ne? Ah, sie hat mich geultet! Kommt er runter? Ja! Lulu hat mich gekillt, Digga! Geh drauf! Machen wir Schaden, machen wir Schaden! Nice! Okay, da hättest du nicht mehr rein können müssen! Zeig, was du fandest! Ich kill die nicht! Mach mal Schaden! Naja, du bist tot! Und wenn die auf dich hüpft? Easy! Ich halt mich ein bisschen zurück hier! Bait sie einfach auch ein bisschen! Bro! Das kann nicht sein! Ich hab' keinen Schaden! Ich hab' keinen Schaden! Ich hab' früher gestopwatcht! Ja, aber der Hof ist drauf und dann nehmen wir vor! Ja, weil du ges... Ich hab' beide gemisst! Ja, beide die Q gemisst! Aber geil! Okay, okay! Okay, ich ähm... Oh, die hat mich halt gestoßen! Ich verkaufe Duron's Ring für Everfrost, Junge! Jetzt geht's ab! Jetzt kommt der Power Spike! Oh shit! Oh shit! Okay, ich komm! Ich komm' mal zu! Oh shit! Das ist halt wirklich der Power Spike jetzt! Nein! Ich seh' es! Nein! Da macht's nichts! Ich bin gar nicht! Schade! Ich glaub' das hier soviel Schaden machen! Warum haben wir Lulu gefokust? Ich hatte ja, weil ich die Hook gehabt hab. Also legit, wenn die anderen halt nicht reinlaufen und die schon in den Hook waren, sollten die ja nicht one-shotten. Aber wir waren zu blöd, um die zu one-shotten. Daniel auch. S, S. Next. Ja, komm, next. Ich hab Tristana. Was ist das für ein Scheiß-Pick? Ich muss gleich Barry an, glaub ich, bei den Wölfen. Schau, ich mach eingeflasht und guck, was passiert das? Ja, Digga, ich muss einfach becken nach dem Wölfen. Ich kann nicht die Crux machen. Aua. Siehst du aus, geflashen dich mal. Bleib dich? Hast du die Logo gemacht? Ist mal K hier. Alter, ich bin der echte Assassin. Ich bin der echte Assassin. Okay, mein. Du bist das wie du kennenlern. Du bist das wie du kennenlern? Du bist das wie du kennenlernst. Mach doch nicht weg. Hallo! Ja, frag doch nicht, wo ist der? Ich hab gesagt, der Wichser. Oh mein Gott, Static Schiff hat mich gekillt. Fällt mir diesen scheiß Game hier, lass mich hier raus. Also ein Auto-Attack ist ein Auto-Attack. Ja, er kann eine W machen. Bitte schneid das raus. Ne, ne, das kommt irgendwo hin.